Die Welt, wie wir sie kennen, befindet sich im Umbruch. Um nicht vom Fortschritt abgehängt zu werden, müssen wir mehr tun, als nur Schritt zu halten. Wir müssen in Führung gehen. Neue Wege ebnen und sie mutig beschreiten. Neu denken. Neu erneuerbare Energie in Form von Windenergie, Bioenergie und Solarenergie. Sie weisen weltweit den Weg in die Zukunft. Unsere Mission ist es, erneuerbare Energien noch besser zu machen. Immer wieder neue Standards zu setzen und umfassende Energielösungen aus einer Hand zu bieten. Wir von BayWay RE haben uns große Ziele gesetzt. Wir übernehmen Verantwortung und treiben den Ausbau erneuerbarer Energien weltweit voran. Die Bedürfnisse unserer Kunden, Marktpartner und Mitarbeiter stehen dabei im Mittelpunkt. Wir erarbeiten innovative Lösungen für erneuerbare Energien, um immer einen Schritt voraus zu sein. Dazu setzen wir auf neueste Technologien und entwickeln neue Geschäftsmodelle. Und geben neue Antworten auf alte Fragen. Wir erweitern ständig unsere Kompetenzen und optimieren unser umfassendes Serviceportfolio, um unsere Kunden in jeder Hinsicht zu unterstützen. Und ihnen den Weg zum Erfolg zu ebnen. Wir denken in neuen Geschäftsmodellen, in denen wir nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen und maßgeschneiderte Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette bieten. Saubere Energie ist die Verantwortung einer ganzen Generation. Es ist an der Zeit, unsere Energie zu bündeln, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Es ist an der Zeit, gemeinsam neu zu denken.